so jetzt kommt verspätet noch das orakel ich habe mich schwer damit gerungen das hier aufzunehmen weil ich meine hautkrankheit hat sich wieder sehr gezeigt jetzt aber ich habe mich errungen und machen es trotzdem und wir starten jetzt direkt rein schweiz gegen deutschland jetzt kommen natürlich die videos mit den karten so wir haben hier england mason mount dann haben wir annaudovic dann haben wir hier die schweiz 1 zu 0 oder ja 1 zu 0 dann haben wir hier die türkei sondern einer dahinter haben wir auch okay dann haben wir hier schon das 2 zu 0 ich glaube das reicht schon wir haben hier italien dann haben wir noch mal italien und dann das 2 zu 1 durch kinder sehr gut so dann kommen wir zum zweiten halbzeit mal gucken ob die deutschen wieder rankommen ich gucke mal ob ich irgendwas rumdrehen muss ja so ok wir haben die niederlande dann haben wir hier slowenien ungarn so haben wir hier serbien belgien es könnte wieder eine slowakei so ungarn und schon wieder die schweiz ja moin also 31 31 gewinnt hier die schweiz ich denke mal dass für deutschland 20 oder 21 ihr könnt ja mal in kommentare schreiben was ihr denkt da würde ich sagen haut rein bis zum nächsten mal und auf wiedersehen und dann